Wir haben hier, also für die Aufgabe ist wichtig, wir haben zwei Gravitationsgesetze, nämlich Fg gleich M mal G, das kennt man immer schon und das Neue Fg ist Groß G, M, M durch, oder M1, M2 durch R² und das hier, das Blaue gilt immer, immer und das Grüne gilt nur auf der Oberfläche. Das heißt, das Grüne Gesetz ist ein Nährungsgesetz, das auf der Erdoberfläche gilt und wenn ich mal bei der ISS oben bin, gilt es nicht mehr so genau, aber auf der Erdoberfläche gelten beide und deswegen muss auf der Erdoberfläche beides mal die gleiche Kraft rauskommen. Das heißt, auf der Erdoberfläche kann ich die gleichsetzen und darum geht es, auf der Erdoberfläche kenne ich mein G und dann kann ich das hier, also wir sind auf der Oberfläche, ja Oberfläche und dann setze ich die gleich, M mal G gleich Groß G, M, M durch R², da ist jetzt, das kleine M ist meine Masse. Ich hocke hier mit meinen 72 Kilogramm und die kürzen sich weg, das heißt, keiner muss wissen, wie schwer ich bin, kürzt sich weg und damit habe ich eigentlich, nee, ich suche gar nicht, ich suche das hier, stimmt, ich suche die Masse der Erde, die zweite, und auch der muss ich auflösen und dann geht es so, also jetzt mal Erdradius Quadrat, weil das ist ja der Abstand zwischen mir und mal die Gravitationskonstante, M ist dieses kleine G mal R² durch Groß G, ja und da kommt dann raus, M gleich 6,0, 6,0 mal 10 hoch 24 Kilogramm, ah ja, da ist noch wichtig, ich muss natürlich den Radius in Meter umrechnen, ja, ich habe hier bei der Gravitationskonstante Meter und Kilogramm und Sekunde und deswegen habe ich, das ist 6.370 mal 10 hoch 3 Meter, sonst kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Die Idee, die physikalische Idee dahinter ist, ich stehe hier, ich stelle mir die, diese ganze Erde stelle ich mir in einem Punkt vor, nämlich im Schwerpunkt, und dann gibt es meine Masse und die Masse der Erde, also meine Masse klein M, Masse der Erde groß M und unser Abstand ist dieser Erdradius. Die Tatsache, dass diese Masse der Erde auf eine Kugel verteilt ist, ignoriere ich völlig und dennoch kommt, obwohl das hier so genäher ist, ist das Ergebnis sehr gut. Gut, die B ist eine klassische Fz gleich Fg Aufgabe, B, Fz gleich Fg, wir haben also die Erde und den Mond und der Mond rotiert und hier haben wir eine Zentrifugalkraft und hier haben wir eine Gewichtskraft und die sind gleich und daraus kann ich Masse der Erde berechnen. Also, mv² durch R gleich gmm durch R². Gesucht ist dieses m. Kürzen tut sich Masse des Mondes, was sehr praktisch ist. Und jetzt mache ich erstmal, setze ich mal m, also mal r², d durch g, dann habe ich also Masse der Erde gleich Bruchstrich, wir hatten hier v² durch R, dann mal r² durch g, das zerkürzt sich jetzt dieses r raus, also das mache ich mit Radiergummi, Quadrat weg. So, schön, mein Problem ist im Moment noch das v, weil, was haben wir denn gegeben? Wir haben t gegeben und Abstand, so. Also, v kenne ich, die Geschwindigkeit des Mondes brauche ich noch. v, Mond, ist einfach Weg durch Zeit, ist und der Weg ist 2πr durch und die Zeit ist T. Der Mond ist ja auf einer Kreisbahn unterwegs. Und das, eleganterweise, nehme ich das und setze es an der Stelle ein. Okay? Und dann habe ich mRd ist gleich großer Bruchstrich, also 2πr durch T mal r durch, äh, Quadrat, ja, durch, durch, die Kreuzerungskonstante. Und, ähm, jetzt könnte ich noch quadrieren und das r schnell machen, tue ich aber nicht. Ich setze einfach mal ein, so. So, also m ist gleich großer Bruchstrich, äh, 2π, was haben wir denn für ein r, der ist 60,3 Erdradien. Erdradien. Okay. Also, mal 60, nix, kein Nuller, 60,3 mal 6.370 und das in Metern. Das könnte man verkehrt machen, ne? Durch T. T ist 27,1 Tage. 2, 7,1 Tage, brauche ich nicht, brauche ich Sekunden. Also, mal 24 mal 60 mal 60, jetzt habe ich Sekunden, Quadrat, mal nochmal diesen Radius. Ja, wenn ich da oben faul war, muss ich jetzt hier viel hinschreiben. Also, wieder mal 60,3 mal 6.370, 1,2, 3 Meter. Durch die Gravitationskonstante. 6,67 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm Sekunde Quadrat. So, und das alles eintippen und dann bekomme ich die Masse der Erde. Und die Masse der Erde, das sind die 6,1, ja, m gleich 6,1 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Das kann man sich schwer vorstellen. Das ist viel. Wow. Also, 10 hoch 9 ist eine Milliarde. Also, ja, und damit, also viel.